Da fahren die Leute... Das war Stuttgart, Alter. Geh kaufen Ticket, Mann. Entspann dich mal, da ist ein Mitarbeiter von Deutsche Marken. Begrüße die Leute in Stuttgart. Lass dich doch mal in Ruhe fahren. Nur sag alle schönen Abend und so. Guten Abend. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. So, das ist Herr von Sisu. Wohin müssen wir fahren? Noch ein bisschen um die Stadt. Wir hatten doch Video über die Stadt. Du machst Video über die Stadt, nicht ich mache Video über die Stadt. Herzlichen Dank, Stuttgart. Ist egal, das ist ein anderes Thema. Sie hat schon ein bisschen geschwäht. Du hast gesagt, ich will so Freude in Stuttgart. Ich will wieder lieben. Ich fand schon süß, wie die immer gesagt hat. Ich komme geschwäht. Nein. Ich fand den Akzent schon ein bisschen süß, was ich mache. Ja. Was macht der denn? Wer? Mit der Porsche? Ja. Nein, was macht der hier? Er ist doch nicht mehr Alkoholiker. Er arbeitet jetzt als Taxifahrer in Schwemisch Gmünd und hat noch keinen anderen Job. Bitte haben Sie noch einen kurzen Moment Geduld. Wir sind gleich für Sie da. Ich sehe das der andere Job macht. DJ Pasha, ich mach George Michael. Keiner gibt dir Geld, Mann.